Mit dem iPhone lassen sich mittlerweile extrem gute Fotos und Videos aufnehmen, daher schauen wir uns im heutigen Video einmal die Kameraeinstellung und die Kamera-App etwas genauer an, damit ihr noch mehr herausholen könnt. Außerdem möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr bis zu 100-fach mit dem iPhone zoomen könnt und den neuen iPhone 15 Pro Action Button mit in euren Foto- und Video-Workflow mit einbeziehen könnt. Beginnen wir das Video zuallererst einmal in den Einstellungen und scrollen hier etwas weiter nach unten bis zu den Kameraeinstellungen. Hier gehen wir jetzt alles einmal Schritt für Schritt durch und beginnen ganz oben bei Video aufnehmen. Hier könnt ihr zuallererst einmal das gewünschte Videoformat wählen zwischen 720p mit 30 Bildern pro Sekunde bis hin zu 4K mit 60 Bildern pro Sekunde. Ihr seht auch direkt etwas weiter unten, wie viel Speicherplatz jeweils eine Minute davon verbrauchen würde. Das heißt, ihr könnt hier einmal nach der Qualität wählen, aber natürlich auch danach, wie viel Speicherplatz ihr zur Verfügung habt oder dafür verbrauchen möchtet. Dann haben wir einmal die PAL-Formate, die eingeblendet werden können für eben TV-Bildformate in vielen Ländern, wie zum Beispiel Europa, Asien und so weiter werden die verwendet. Das benötigt ihr in der Regel allerdings nicht. Dann haben wir hier einmal die verbesserte Stabilisierung. Da wird beim Video- und Kino-Modus leicht hineingezoomt und dadurch wird eben eine bessere Stabilisierung gewährleistet. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Genauso wie den Action-Modus mit weniger Licht. Auch das ist eine Funktion, die ihr auf jeden Fall einschalten solltet. HDR-Video habe ich bei mir ausgeschaltet, weil ich einfach damit nicht schneide mit meinen Programmen und auch da kann ich empfehlen zu schauen, schneidet ihr am Ende die Videos, unterstützen die Programme das. Wenn ja, könnt ihr das nutzen. Ich persönlich habe es bei mir aber ausgeschaltet. Dann haben wir hier Auto-FPS. Das habe ich ebenfalls aus. Hier könnt ihr aber noch wählen zwischen 30 und 30 und 60 FPS. Außerdem haben wir hier dann noch Kamerasperren. Bei Videoaufnahmen nicht automatisch die Kameras wechseln. Habe ich in meinem Fall aktiviert. Und auch den Weißabgleich sperren könnt ihr hier aktivieren, wenn ihr das möchtet. Das habe ich in meinem Fall hier jetzt ausgeschaltet. Aber das könnt ihr auch einschalten, damit eben im Verlauf eines Videos nicht irgendwie der Weißabgleich sich verändert. Das Ganze blauer oder weißer wird, gelber wird und so weiter. Also da könnt ihr hier ganz einfach entscheiden, was für euch am Ende relevant ist. Neben den Videoaufnahmen gibt es dann aber auch noch hier die Slow-Mo-Aufnahmen. Und da könnt ihr zwischen 1080p, 120 FPS, 720p, 240 FPS und 1080p, 240 FPS wählen. Je nachdem, ob ihr eben 240 oder 120 FPS eher möchtet, könnt ihr das hier wählen. Auf jeden Fall würde ich aber hier auf jeden Fall 1080p auswählen. Aber auch im Kino-Modus könnt ihr noch ein paar Einstellungen vornehmen. Nämlich zwischen 1080p, 30 FPS, 4K, 24 und 4K, 30 FPS. Hier seht ihr dann ebenfalls, wie viel Speicherplatz das Ganze benötigt. Und der Kino-Modus ist auf jeden Fall wirklich sehr cool. Verwende ich sehr gerne sogar für meine YouTube-Videos ab und zu, um irgendwelche Produkte abzufilmen. Und hier verwende ich auf jeden Fall die 4K, 30 FPS Version. Machen wir als nächstes weiter mit den Formaten. Hier gehen wir einmal rauf und finden dann ganz oben erst einmal für die Kameraaufnahme eine höhere Effizienz oder maximale Kompatibilität, je nachdem, was euch da wichtiger ist. Ich persönlich finde die maximale Kompatibilität hier wichtiger, damit die Videos auch auf jedem Endgerät am Ende abgespielt und bearbeitet werden können. Dann haben wir für die Fotoaufnahmen hier noch einmal die Möglichkeit, zwischen 12 und 24 Megapixel mit neueren iPhones zu wählen. Ich persönlich nehme hier die 24 Megapixel und dann haben wir hier auch noch die Fotoformate. Hier können wir raufgehen und dann wählen zwischen JPEG Max mit bis zu 48 Megapixel, dann ProWare mit 12 Megapixel oder eben die beste Variante, in dem Fall ProWare Max mit bis zu 48 Megapixel, was dann eben 75 Megabyte für ein Foto bedeutet. Das wird natürlich dann am Ende sehr, sehr viel Speicherplatz verbrauchen, aber dann habt ihr eben auch die beste Möglichkeit Fotos zu schießen und diese am Ende auch wieder zu bearbeiten. Und das gleiche gilt hier unten auch für Apple ProRes, habe ich in meinem Fall jetzt deaktiviert, standardmäßig, weil ich es nicht immer verwenden möchte, aber hier könnt ihr eben Apple ProRes Aufnahmen machen und hier auch nochmal bei der Kodierung. Neuerdings jetzt auch wählen für die neueren iPhones zwischen HDR, SDR und Log. Also hier könnt ihr auch dann ProRes Aufnahmen in Log machen, um diese dann im Nachhinein noch einmal zu bearbeiten. Persönlich habe ich das wie gesagt deaktiviert, weil es mir einfach zu viel Speicherplatz verbraucht für normale Videos, die ich eben mache. Das sind nämlich hier in diesem Fall 6 Gigabyte für 30 FPS in 4K, was auf jeden Fall eine ganze Menge ist. Aber wenn ihr damit professionell filmen wollt, dann könnt ihr natürlich hier diese Variante nutzen, Apple ProRes an, in Logfilm und dann eben in 4K die bestmöglichen Aufnahmen machen, die ihr dann im Nachhinein auch wirklich sehr gut bearbeiten könnt. Der nächste Punkt ist ganz spannend, nämlich Einstellungen beibehalten. Und hier könnt ihr das Ganze aktivieren für alle möglichen Punkte, wie Kameramodus, Makrosteuerung, Belichtung, Nachtmodus, Portrait, Actionmodus und so weiter. Und das bedeutet im Grunde genommen nur, wenn ihr diese Einstellungen einmal in der Kamera-App verändert habt, dass diese beim nächsten Mal öffnen beibehalten werden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel hier die Belichtungsanpassung nicht immer wieder neu einstellen möchtet, sondern die, die ihr einmal getroffen habt, beibehalten wollt, dann könnt ihr das hier aktivieren. Wenn ihr aber möchtet, dass das Ganze immer wieder neu ist, je nach Einstellung, dann könnt ihr das hier entsprechend deaktivieren. Außerdem haben wir dann hier noch die Möglichkeit, Stereoton aufzunehmen, was ich persönlich auf jeden Fall empfehlen würde, lauter für Serie verwenden. Kommt darauf an, ob ihr eben in Serie mehrere Fotos hintereinander schießen wollt über die Lautertaste, habe ich bei mir persönlich deaktiviert. QR-Code Scannen nutze ich tatsächlich über die Kamera-App sehr gerne, deswegen ist es bei mir aktiviert, genauso wie Text erkennen und eben anzeigen lassen. Auch das habe ich aktiviert. Der nächste Punkt ist die geteilte Mediathek. Solltet ihr das Ganze nutzen, habt ihr hier eben die Möglichkeit, von Kamera das Ganze zu teilen, automatisch oder manuell. Also wenn ihr Mediatheken zum Beispiel mit Freunden oder Familienmitgliedern teilt, dann könnte ich hier eben dafür sorgen, dass die dann direkt geteilt werden oder natürlich auch nur manuell oder ihr schaltet das Ganze aus, je nachdem, was euch lieber ist. Als nächstes haben wir dann hier noch ein paar Kompositionseinstellungen, Raster, Wasserwaage, Frontkameraspiegeln und außerhalb des Rahmens anzeigen, finde ich alles wichtig, damit man einfach in der Kamera-App einen relativ guten Überblick bekommt. Man hat einen Raster und eine Wasserwaage, um eben alles in Waage zu halten. Man kann eben zur Frontkamera wechseln, was ich sehr wichtig finde und man bekommt eben eine Information hier außerhalb des Rahmens anzeigen. Finde ich alles sehr wichtig, daher ist es bei mir aktiviert. Eine weitere Möglichkeit, Fotos etwas lebendiger wirken zu lassen, sind die fotografischen Stile, die ihr hier aktivieren könnt und da bietet Apple standardmäßig eben das Standardprofil an, aber ihr könnt hier auch wählen zwischen kontrastreich, dann etwas leuchtender, etwas wärmer, etwas kälter. Also hier könnt ihr schon im Vorhinein Stile festlegen, zum Beispiel den Kontrastreichen finde ich sehr schön und den könnt ihr dann hier ganz einfach verwenden, wenn ihr das möchtet. Mit dem neuen iPhone 15 Pro habt ihr nun die Möglichkeit, hier unter Hauptkamera ganz einfach zu wählen, welches Objektiv ihr verwenden möchtet, ob 28 und 35 mm überhaupt aktiviert sein soll und was das Standardobjektiv sein soll, also zwischen 24, 28 und 35 mm. Das heißt, wenn ihr hier irgendeines der Objektive bevorzugt, dann könnt ihr das hier ganz einfach auswählen und das wäre dann in dem Fall euer Standardobjektiv, wenn ihr die Kamera-App verwendet und Fotos macht. Und zu guter Letzt haben wir dann hier noch ein paar weitere Optionen. Wir können zum Beispiel die Portraits im Fotomodus aktivieren, was ich sehr gerne nutze, schnellere Aufnahmen priorisieren, also die Bildqualität bei schnellen Drücken des Auslöses intelligent anpassen. Dann haben wir die Objektivkorrektur, die einfach dafür sorgt, dass eben keine Verzerrung bei Front- und Ultraweitwinkelkameraaufnahmen entstehen und die Makrosteuerung, also wenn ihr eben wechseln möchtet zur Makrolinse beziehungsweise zu Makrofotos, dann könnt ihr das hier ebenfalls automatisch aktivieren. Wenn ihr euch ein neues iPhone zulegt, solltet ihr dieses auf jeden Fall auch gut schützen. Besonders, wenn ihr in Berufen arbeitet, wo euer iPhone sehr gut geschützt sein muss oder ihr Extremsport betreibt. Für maximalen Schutz kann ich euch Casetify empfehlen. Dank der EcoShock-Stoßdämpfungstechnologie federn die Bounce Cases bei Stürzen auf 6,5 Metern euer iPhone sicher ab. Bei den neuen Ultra-Bounce Cases sogar bis zu 10 Meter bei 10-fachem Militärstandard. Die EcoShock-Technologie federt Stürze wesentlich besser ab als die der Konkurrenz. Außerdem wird das Display dank des Lay-on-the-Table-Designs geschützt und alle wichtigen Aussparungen und Knöpfe wie für den USB-C-Port und den Action-Button sind vorhanden. MagSafe ist ebenfalls mit am Start. Und ein nettes Detail ist noch, dass die Bounce Cases aus recyceltem alten Cases produziert wurden. Wer sein iPhone maximal schützen möchte und dabei zwischen tausenden Designs inklusive Personalisierung wählen möchte, sollte auf jeden Fall mal bei Casetify vorbeischauen. Zusätzlich bietet Casetify auch passenden 9H-Display-Schutz und Phone-Straps zum Umhängen des iPhones an. Den Link zu allen Produkten findet ihr inklusive 15% Rabatt natürlich unten in der Videobeschreibung. Nachdem wir uns nun die Kameraeinstellungen etwas genauer angeschaut haben, gehen wir jetzt einmal in den Einstellungen auf den Action-Button. Denn ab dem iPhone 15 Pro und 15 Pro Max ist dieser Button nun neu verfügbar und ihr könnt auch die Kamera darüber steuern. Ihr könnt hier ganz einfach wählen zwischen verschiedenen Aktionen. Und wenn ihr hier die Kamera wählt, dann habt ihr hier eben mehrere Optionen. Ihr könnt zwischen Foto, Selfie, Video, Portrait und Portrait-Selfie wählen. Das heißt, hier habt ihr mehrere Möglichkeiten, direkt über den Action-Button eine Aktion auszuführen, wie zum Beispiel ein Foto zu machen. Wenn ihr aber keinen Action-Button habt, dann könnt ihr das Ganze auch relativ schnell direkt über den Homescreen machen. Ihr könnt nämlich auf der Kamera-App einmal gedrückt halten und dann bekommt ihr ein ähnliches Menü. Auch hier könnt ihr ein Selfie machen, Video, Portrait, Portrait-Selfie und natürlich könnt ihr auch am Ende wieder die App entfernen. Aber so habt ihr einen ähnlichen Zugriff, ähnliche Möglichkeiten wie mit dem Action-Button natürlich dann auf jedem Gerät. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt direkt einmal die Kamera-App etwas genauer an. Die habe ich jetzt einmal geöffnet und oben haben wir jetzt erstmal die Option, hier den Blitz ein- und auszuschalten, Fotos zu teilen über geteilte Mediatheken. Und hier könnt ihr oben rechts wählen zwischen verschiedenen Formaten, also RAW Max hier deaktivieren. Ihr könnt Live-Fotos ein- und ausschalten und hier eben auch zwischen den verschiedenen Fotostilen wählen. Ich habe das hier jetzt meistens deaktiviert und dann habt ihr noch diesen kleinen Pfeil hier und der klappt unten ein Menü auf, welches wir uns jetzt einmal anschauen. Denn hier haben wir ebenfalls die Möglichkeit, den Blitz ein- und auszuschalten, Live-Foto. Wir können hier zwischen verschiedenen Formaten wählen. Ich persönlich nutze hier gerne 16 zu 9, aber da könnt ihr natürlich jedes beliebige Format nutzen. Außerdem können wir hier dann einmal die Belichtung steuern. Wir haben die Möglichkeit, hier einen Timer einzustellen für zum Beispiel Fotos, Gruppenfotos und so weiter, die man machen möchte. 3 und 10 Sekunden übrigens auch über die Apple Watch zu triggern. Also ihr könnt über die Apple Watch, über die Kamera-App dann eben diesen Auslöser aktivieren. Dann haben wir hier noch ein paar vorgefertigte Stile. Also hier können wir zwischen verschiedenen Filtern wählen, die wir eben auf unser Foto legen können. Und hier ganz rechts haben wir wieder die geteilten Fotomöglichkeiten. Ganz unten links finden wir dann einmal die Möglichkeit, auf unsere Fotos zuzugreifen. In der Mitte ist der Auslöse-Button. Und ganz rechts haben wir die Möglichkeit, zwischen der Haupt- und der Frontkamera hin und her zu wechseln. Und hier können wir natürlich auch zwischen verschiedenen Optionen wählen. Wir können hier Zeitraffer auswählen. Wir können Slow-Mo auswählen. Wir können Kino-Modus auswählen. Wir können Video auswählen. Wir können Fotos auswählen, Porträt und Panorama. Und da gibt es immer noch einzelne Unterschiede. Im Porträt-Modus gibt es hier zum Beispiel mehrere Optionen, die uns das iPhone anbietet. Studio, Bühnenlicht, dann hier Bühnenlicht, Mono und so weiter. Also da könnt ihr ganz viele verschiedene, sehr schöne Porträt-Aufnahmen erstellen. Natürlich können wir hier ganz einfach zoomen. Zwischen Ultraweit, dann normal 24 mm, Zweifach und Dreifach zoomen. Also hier könnt ihr ganz einfach eben diese Optionen verwenden. Und wenn wir jetzt einmal zu Video wechseln, dann finden wir hier oben natürlich wieder mehrere Möglichkeiten. Wir können hier zum einen einmal den Action-Modus aktivieren. Wir können hier die Auflösung verändern zwischen verschiedenen Varianten. Wenn wir hier zum Beispiel zwischen HD und 4K wechseln wollen. Wir haben hier die Möglichkeit zwischen 30 und 24 FPS zu wechseln. Wenn ihr ProRes Video anhabt, könnt ihr das hier ebenfalls ein- und ausschalten. Also da habt ihr ebenfalls noch einige Möglichkeiten. Im Kino-Modus könnt ihr einfach und zweifach zoomen. Und ihr könnt hier auch ganz einfach die Blende verstellen. Also ganz einfach den Fokus festlegen und so weiter. Also es gibt hier extrem viele Möglichkeiten. Im Slow-Mo-Modus sehen wir dann hier ebenfalls die Möglichkeit zu wählen zwischen verschiedenen Auflösungen. Also HD mit zum Beispiel 240 FPS. Und hier haben wir zu guter Letzt noch eine Zeitrauffaufnahme. Nun möchte ich euch aber gerne noch einmal zwei Apps vorstellen. Nämlich einmal die Halit Mark II Kamera App, mit der ihr sehr viele Pro-Funktionen auf euer iPhone bekommt. Die kostet leider Geld. 12 Euro im Jahr ist aber denke ich zu verschmerzen. Und ihr bekommt hier wirklich sehr viele Pro-Funktionen. Was aber vor allem sehr cool ist, ihr könnt hier den Action-Button mit verwenden. Das heißt hier gibt es die Möglichkeit eben verschiedene Trigger auszuwählen. Wie zum Beispiel den Fokus-Modus. Und den könnt ihr über einen Shortcut ganz einfach triggern, was wir jetzt einmal machen werden. Diesen habe ich hinzugefügt. Und daraufhin könnt ihr jetzt in den Einstellungen einfach auf die Action-Taste gehen, einen Kurzbefehl auswählen und hier einmal zu der App gehen. Und dann eben hier Open Halit with In-App Trigger auswählen. Das habe ich jetzt getan. Und wenn wir jetzt einmal wieder die App aufrufen und das Ganze vielleicht einmal hier drehen, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, in meinem Fall hier über den Action-Button, ganz einfach den Fokus zu verändern. Also zwischen Autofokus oder dem manuellen Fokus. Und so kann man den Action-Button wirklich sehr, sehr praktisch nutzen. Also könnt ihr eben hier wählen, möchte ich das über den Autofokus machen oder möchte ich lieber hier manuell fokussieren in dieser App. Und das kann man natürlich für ganz viele verschiedene Dinge festlegen für den Weißabgleich und so weiter. Könnt ihr hier eben entsprechend den Action-Button als Trigger verwenden. Was ich auf jeden Fall sehr cool finde, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und das Ganze macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, damit so ein bisschen rumzuspielen. Die zweite App, die ich euch gerne zeigen möchte, nennt sich Zoom 100X. Und damit könnt ihr tatsächlich hundertfach und mehr mit eurem iPhone zoomen, natürlich nur digital. Es ist aber trotzdem eine ganz lustige Spielerei. Ihr könnt hier nämlich jetzt zum Beispiel 10-fach zoomen, was auf jeden Fall noch ziemlich in Ordnung aussieht. Und ihr könnt auch sehr viel weiter zoomen, hier jetzt auf 94-fach. Und dann seht ihr auch schon, dass es hier anfängt zu wackeln. Also da braucht man sehr viel Licht und auch eine ruhige Hand für. Und am Ende bekommt man da auf jeden Fall trotzdem keine vernünftigen Aufnahmen hin. Aber ihr seht hier, so um die 20-fach sieht das Ganze dann doch noch in Ordnung aus. Und wir können hier noch viel weiter zoomen. Wir können hier oben einmal zwischen den verschiedenen Linsen wählen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einmal auf die Telefoto-Linse gehen, dann können wir noch weiter zoomen als das 100-fache. Denn wir können hier dann auf 500-fach, 567-fach zoomen gehen. Was natürlich, wie gesagt, nicht so viel Sinn ergibt. Aber es ist auf jeden Fall eine ganz lustige Spielerei. Wenn wir hier jetzt nochmal auf Ultraweitwinkel gehen, dann haben wir hier die Möglichkeit, wieder auf die 94-fach zu gehen. Und wenn wir hier auf Weitwinkel gehen, dann haben wir hier die Möglichkeit, fast 200-fach zu zoomen. Also je nachdem, was ihr hier auch für eine Kamera auswählt, könnt ihr entsprechend zoomen. Und das Ganze ist auf jeden Fall eine ganz lustige Spielerei. Wie ihr seht, gibt es wirklich eine Menge an Einstellungen für die Kamera-App, egal ob für Fotos und Videos. Und ich hoffe, ich könnte euch hier in diesem ausführlichen Video einen ganz guten Überblick geben, was es alles für Einstellungen gibt, was man davon besser verwenden sollte, was lieber nicht. Was in der Kamera-App alles möglich ist und was es auch für Drittanbieter-Apps gibt, gerade in Kombination mit zum Beispiel dem neuen Action-Button im iPhone 15 Pro. Oder auch, wenn ihr tatsächlich mehr als das Standard-Zoom in der Kamera-App nutzen möchtet, auch mit der 100-fach Zoom-App ist es auf jeden Fall ganz lustig, ein bisschen herumzuspielen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst jetzt auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch weitere Tipps und Tricks und Einstellungen rund um die Kamera-App kennt, dann schreibt sie unten in die Kommentare und vergesst nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!